So, frisch angekommen sind diese vier Hündinnen, Angela, Nutscha, Nadja und, oh Gott, die habe ich jetzt vergessen, keine Ahnung, sie sind auf alle viele vier. Sie sind sehr klein, haben eine lange, lange Reise hinter sich, also 45 Zentimeter maximal, sind schon kastriert, sind fix und fertig vorbereitet und warten auf eine nette Adoption. Hier haben wir sie jetzt einmal im Auslauf, dass sie sich ein bisschen die Beine vertreten können, jetzt kriegen sie ein gutes Nachtmal und dann fängt das Leben hier an bei uns, hoffentlich nicht lange, hoffentlich haben sie bald jemanden, der sie gerne möchte. Ganz süße Mädchen sind das, ganz süße Mädchen sind das, da ist einer mit ein bisschen längerem Fell, ich muss jetzt die Namen lernen, das weiß ich alles noch nicht, ihr süßen, süße Mädels, ihr süße Mädels. Ja süße Mädels, ja süße Mädels, ja süße Mädels, hübsche Babys, ganz hübsche, und freundlich sind sie auch, das wollen wir immer gern, gell? Also wie gesagt, zwischen 40 und 45 Zentimeter, mehr haben wir nicht anzubieten, mehr gibt es hier nicht, auf der Palette, ihr süßen, ja feine, ja, ja, ja.